Lieber Helmut, du warst in deiner Zeit als Gemeindepunkt-Präsident, schon Botschafter unserer Initiative Lebenswerte Gemeinde, bewusst gemeinsam leben. Weshalb dein Engagement? Die Gemeinde ist neben der Familie die kleinste Einheit, wo man sich verwirklichen kann. Wo der Bürger die Chance hat, sich einzubringen, wo der Bürger die Chance hat, sein Leben zu gestalten, sein Umfeld zu gestalten. Das geht auf keiner anderen Ebene so gut wie nicht auf der Gemeindeebene. Und deshalb bin ich so ein Kämpfer für diese kommunale Einrichtung, für diese kleine Basis des Wohlfühlens. Und wenn wir das erreichen, ist vieles für die Qualität, die Lebensqualität erreicht. Und deshalb unterstütze ich diese Initiative Lebenswerte Gemeinde. Du warst ja 2017 dabei bei der Veranstaltung Kommunale Intelligenz mit dem Professor Gerald Hülter. Was ist für dich Kommunale Intelligenz? Dass wir die Chancen und die Ressourcen, die auf kommunaler Ebene liegen, heben. Da gibt es unwahrscheinlich viele Bürgerinnen und Bürger, die gute Ideen haben. Wenn man da ein gemeinsames Ziel verfolgt und das wirklich mit Vernunft, mit Hausverstand erfüllt, dann erreichen wir viel. Das heißt also, wir müssen unser gemeinsames Ziel lauten, dass wir sagen, es soll jeder Mensch in seiner Gemeinde sich verwirklichen können, einbringen können mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen und dann schauen, dass es den Menschen auf dieser Gemeinde eben gut geht. Du bist ja vom Ursprungsberuf her Journalist in deinem Buch Mein Lebensweg für die Gemeinden ist ja sehr breit. Kannst du da eine Kernbotschaft herausnehmen? Ich kämpfe für diese kommunalen Einheiten, für diese direnen Einheiten, weil sie überschaubar sind und durchschaubar sind. Und weil der Mensch dort keine Nummer ist, sondern eine Persönlichkeit ist. Das ist die Grundbotschaft meines Buches. Wie könnte eine ideale, lebenswerte Gemeinde ausschauen? Indem wir alle Ideen dieser Menschen oder dieser Bürgerinnen und Bürger zusammen diskutieren, zusammenbündeln und dann ein gemeinsames Ziel gestalten. Und dieses Ziel muss lauten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in dieser Gemeinde wohlfühlen. Das ist unsere große Aufgabe. Sich zu Hause fühlen, sich daheim fühlen, sich geborgen fühlen, sich verstanden fühlen. Jemand hat einmal gesagt, Heimat ist dort, wo ich mich nicht erklären muss. Da ist es unsere Aufgabe. Schön. Wir haben über den Prozess eines integralen Dialogs in Gemeinden gesprochen. Worin könnte da die Chance liegen? Die Chance könnte darin sein, dass wir erst und wieder einmal aus Menschen Beteiligte machen und nicht Empfänger machen, Rezipienten machen, sondern Beteiligte Akteure machen. Das Potenzial ist riesengroß. Wie gesagt, wir schauen immer, dass wir von oben nach unten gestalten. Das muss dieser Gestaltungsprozess von unten nach oben erfolgen. Da ist Potenzial da, das unwahrscheinlich ist. Da geht es nicht ums Geld. Da geht es um die Ideen. Da geht es um das Wohlfühlen in der Gemeinde. Und dieses Wohlfühlen muss also unser Ziel sein. Also darum kann man die Gemeinden so gestalten, dass sie lebendige Einheiten sind und nicht Verwaltungsstrukturen haben. Wie siehst du die Situation der Wirtschaft im ländlichen Raum, also so die Entwicklung künftig? Gott sei Dank gibt es einen gegenteiligen Trend. Viele Menschen kommen wieder darauf, dass die lokale Wirtschaft eine tragende Säule ist. Und die Internationalisierung und Globalisierung eine Riesengefahr ist. Und das, glaube ich, ist auch unsere große Aufgabe, dass wir diesen kleinen, mittleren Familienbetrieben in den Gemeinden wieder Mehrwert verschaffen. Mehrwert in der Form, dass wir sie nutzen, dass wir sie auch entsprechend als wirklich Auftraggeber in der Gemeinde sehen. Als Menschen, die auch Arbeit schaffen und diese Menschen beschäftigen. Und also nicht die Menschen dazu machen, dass sie so hunderte Kilometer pendeln müssen, um ihren Beruf ausführen zu können. Die Arbeit zum Menschen bringen, aber nicht umgekehrt. Ist Parteipolitik, weil ja so viel immer Trend und wir für die Integration, fürs Integrale stehen, ist Parteipolitik in Gemeinden, gerade in Gemeinden, ist das nur zeitgemäß? Die klassische Parteipolitik nicht. Das ist so, wie immer gesagt, das kommt zunächst einmal der Bürger, die Bürgerin und dann kommt die Sache und dann kommt vielleicht eine Partei. Der entscheidende Punkt ist, wie gesagt, wir müssen ansetzen, dass wir sagen, wir müssen die Menschen verstehen. Egal, welcher Ideologie sie angehören, welcher Richtung sie angehören, das ist das erste Prinzip. Und dann die Sache, die wichtige Aufgabe und dann kommt erst eine Partei. Warum sollen Menschen am Land bleiben und nicht in Großstädte ziehen? Ich möchte da eine Überschrift aus dem Buch herausnehmen, nicht nur Bäume haben Wurzeln. Erstens einmal haben die Menschen natürlich die meisten Wurzeln in ihrer kleinen Umwelt. Und das ist einmal die Gemeinde neben der Familie, das ist die Gemeinde. Dort fühlt man sich verstanden, da braucht man sich nicht erklären, ganz entscheidender Punkt. Dort ist man daheim. Natürlich ist es so, dass viele Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, dort zu arbeiten, dort zu leben und so weiter, dort zur Schule zu gehen. Deshalb ist es auch so, dass man die Chancengleichheit wieder herstellt, dass man diesen ländlichen Raum, diesen Raum der kleinen Einheiten entsprechend fördert und nicht nur den Zentralräumen. Wir erleben zur Zeit eine riesige Überhitzung in den Zentralräumen und zum Teil ein Aussterben des ländlichen Raumes. Und das ist genau der Punkt, der entsprechend bekämpft werden muss. Wir müssen wieder schauen, dass wir ein blühendes Mosaik von vielen kleinen Einheiten haben, wo sich die Menschen auch zu Hause büllen. Und ich glaube, darum ist es auch ganz, ganz entscheidend, dass man die Entwicklung nicht nur in der Politik sieht oder die Chancen, nicht nur in der Wirtschaft, Zivilgesellschaft, sondern wirklich, dass alle gemeinsam in dem Sinn wirken. Ich glaube, dass ein zentrales Motto ist, bringt euch ein, bringt euch ein in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft. Jede Stimme zählt, nämlich nicht nur bei der Wahl, sondern auch im gesamten Leben. Jede Stimme ist enorm wichtig und jede Stimme hat ein Gewicht. Und dass die Menschen dieses Gewicht nutzen auch, das wünsche ich mir auch. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.